Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt sie auszusetzen. Er nimmt sie mit ins Auto und fährt 20 Häuser weiter. Er setzt die Katze aus und fährt heim. Zehn Minuten später ist auch die Katze wieder da. Na gut, denkt sich der Mann, die Strecke war vielleicht ein wenig zu kurz. Also setzt er sich wieder mit der Katze ins Auto, fährt 5 Kilometer weit und setzt sie erneut aus. Aber auch diesmal ist das Tier bereits nach 20 Minuten wieder zu Hause. Da denkt sich der Mann, jetzt reicht's. Er nimmt die Katze mit ins Auto und fährt 20 Kilometer weit. Danach biegt er in einen Waldweg ein. Er fährt dann noch über eine Brücke rechts, links und setzt die Katze dann schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus. Eine halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an und fragt, ist die Katze da? Und die Frau sagt, ja natürlich, warum fragst du? Und der Mann meint, dann hol sie mir mal bitte ans Telefon. Und ich habe mich verfahren. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.